Friede, Freude, Fröhlichkeit lautet die Inschrift über dem Eingang zum Dorfgrillplatz der Bauerschaft Molkenstraße nach Fertigstellung im Juni 1982. Der Dorfplatz befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Mäuseturm. Der Dorfplatz auf dem Gelände der Gemeinde Barkum wurde mit einer Feier für das ganze Dorf eröffnet. Bei sommerlichen Temperaturen bietet sich der Platz zum abendlichen Treffen an und fördert den Zusammenhalt der Bürger und Bürgerinnen der Bauerschaft. Am 8. Juni 1983 hatte sich die Expertenkommission des Bezirkswettbewerbs »Unser Dorf soll schöner werden« in Molkenstraße angemeldet. Gespannt warteten die Bewohner mit den Verantwortlichen des Wettbewerbs aus der Bauerschaft auf die Experten. Ungewöhnlich, dass bereits zweimal der grüne Polizeibus mit den Experten in Sichtweise des Empfangskomitees bei der Gaststätte Mäuseturm vorbeifuhr. Dann wurde es dem Ratsmitglied Gregor Tabke-Jos zu bunt. Er schwang sich auf sein Fahrrad und lotste den Bus mit den verirrten Gutachtern hinter sich her zum verabredeten Treffpunkt. Die Kommission war offensichtlich auf der Suche nach einem Ortsmittelpunkt der Bauerschaft. Ein solches Zentrum existiert aber in Molkenstraße nicht. Das stellte auch Bürgermeister Hermann Rauber bei seiner Begrüßung der Kommission heraus. Die Bauerschaft Molkenstraße mit den Ortsteilen Südholz und Weihe bilden eine Randsiedlung, die sich rund um einen Esch erstreckt. Trotz der Weitläufigkeit sei Molkenstraße aber eine Bauerschaft, in der man zusammenhalte. Nur so sei es möglich gewesen, dass die jetzt 183 Einwohner sich nach dem Verlust von Schule und Postamt immer noch als zusammengehörig betrachteten und sogar an dem Dorfwettbewerb teilnehme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017